Vor sechs Tagen hat die Staatsregierung des Freistaates Sachsen unter der Führung ihres Ministerpräsidenten im Internet verkündet, dass die Zahl der illegal getöteten Wölfe hoch sei und sich im zurückliegenden Zeitraum eines Monitoringjahres verdoppelt habe. Grüß Gott und herzlich Willkommen bei Medias in Rees mit einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft. Was meinen Sie, welche Vorstellung evoziert diese Art Schlagzeile bei Menschen, die das dann irgendwo in der Zeitung lesen? Die Zahlen sind hoch, sie haben sich verdoppelt. Bekommt man da nicht unwillkürlich so ein bisschen die Bilder eines fürchterlichen Massakers unter den wildlebenden Wölfen und Wolfhybriden vor Augen? Kommt da der Eindruck einer Spezies hoch, die von einer rasenden Meute mit allen Mitteln verfolgt und zur Strecke gebracht wird, rechtswidrig und verboten? Wie auch immer, um es kurz zu machen, die Verdoppelung der Zahl der illegal getöteten Wölfe in Sachsen beträgt sage und schreibe in Summe vier erschossene oder vergiftete Wölfe. Und bei den vergifteten Wölfen ist nicht sicher, ob die Köder gegen Wölfe oder von irgendwelchen kranken Leuten gegen andere Kaniden ausgelegt wurden, also Hunde. Schauen wir uns diese katastrophale Bilanz mal an in der Wirkung. Ebenfalls auf der Seite des Sächsischen Freistaates verkündet die Staatsregierung, dass es im Monitoringjahr 2022-23 38 Wolfsrudel, vier Wolfspaare und zwei territoriale Einzelwölfe gebe. Dann habe ich nochmal nachgeguckt, wie groß denn so ein Rudels ist und nach Darstellung des Nabu auf einer seiner Seiten umfassten Rudel so im Schnitt normalerweise zwei erwachsene Wölfe und sechs bis acht Wolfswelpen sowie die Jährlinge aus dem vorangegangenen Wurf. Wenn man also, ich sag mal, fair und sehr wohlwollend ist, dann setzt man die Rudelgröße auf durchschnittlich sechs Tiere an. Was also treibt sich da in der sächsischen Kulturlandschaft herum? Nach Adam Riese sind das mindestens 238 Wölfe auf 18.450 Quadratmetern. Schweden mit seinen 447.440 Quadratkilometern duldet auf seinem Territorium gerade mal zwischen 250 und 300 Wölfe. Das 24 mal kleinere Sachsen macht demnach marktschreierische Schlagzeilen, weil aus dem Wolfsbestand von 238 offiziell nach außen vertretenen Wölfen vier Tiere illegal entnommen wurden. Das ist überhaupt keine Frage. Selbstverständlich sind das vier zu ahndende Straftaten. Selbstverständlich ist jede Straftat eine zu viel. Aber wenn die Staatsregierung Sachsens bei jeder Straftat ein derart hysterisches Verkünden an den Tag legen würde, könnte man in Sachsen vor lauter Gekreische überhaupt nicht mehr in Frieden leben. Kommen wir jetzt zu einem anderen, wirklich tragischen Vorkommnis. Am 12. April haben Wölfe bei Aurich in Niedersachsen erneut die Herde eines Schäfersheim gesucht, der sich um die Erhaltungszucht Coburger Fuchsschafe kümmert. Coburger Fuchsschafe sind auf der Vorwarnstufe der roten Liste gefährdeter Nutztierrassen geführt. Das bedeutet, es gibt bundes- bzw. europaweit nur noch so wenige Tiere, dass bei einer weiteren Verminderung der Anzahl die genetische Vielfalt der Rasse und die genetische Grundlage der Rasse gefährdet sind. Da die Herde dieses Schäfers bereits 2021 zum Ziel eines Angriffs der Wölfe wurde, hatte er mit Hilfe und unter Anleitung des NABU nach Vorstellungen des NABU einen wolfsabweisenden Schützzaun errichtet, um die wertvolle Herde vor dem Spitzenpredatoren zu schützen. Es ist interessant, die Eckdaten dieses Zaunes, die übersteigen jegliche bisherigen Empfehlungen, die der NABU so als wolfsabweisende Zäune nach außen vertreten hat. Denn trotz 1,55 Meter, also fast 60 Zentimeter mehr als der NABU normalerweise angibt, wenn er sagt 90 Zentimeter Zaun, 1,55 Meter hohe, 6 Litzen Elektrozaun und Untergrabschutz, überwanden die Wölfe den NABU-Zaun. Beim jüngsten Angriff wurden zuletzt 10 der hochwertigen Zuchttiere Opfer der Wölfe. Also jüngster Angriff, im Februar gab es einen Angriff und jetzt ein zweites Mal Anfang April. Von den Wölfen gibt es inzwischen nach Schätzung betroffener Weidetierhalter rund 4000 Exemplare deutschlandweit. Warum greife ich auf diese Zahl zurück? Die Weidetierhalter und viele Landwirte trauen den offiziell verkündeten Zahlen einfach nicht mehr, weil die weder mit den Erfahrungen noch mit den Durchnummerierungen der Wolfsexemplare, die in Deutschland beim Senckenberg-Institut gelistet sind, das passt alles nicht überein und auch mit der Vermehrungsrate, die man so normalerweise erwarten kann bei den Wölfen und so weiter. Also 4000 Exemplare und das kommt in etwa an die Dimension heran, die man im Internet über die Kopfzahl der Coburger Fuchsschafe finden kann. Aber werden diese seltenen Nutztiere von irgendeiner Landesregierung mit der gleichen aufmerksamkeitsheischenden Presseveröffentlichung in den Fokus medialer Wahrnehmung gerückt, wie das die vier illegal getöteten Wölfe in Sachsen erfahren durften? Man hat irgendwie nicht den Eindruck, ne? Fragt aber auch die Politik, warum sie die Menschen mit den von der Politik verursachten und geduldeten Schäden und dem daraus entstehenden Leid so unfair alleine lässt. Und das in allen Bundesländern, auf allen Ebenen, bis hinauf zur Bundespolitik und zur Bundesregierung. Und wenn man dann beobachten muss, wie die Berliner Politik jeglichen vernünftigen Umgang mit Spitzenpredatoren in Deutschland aus Angst vor den sogenannten Natur- und Umweltschützern und deren Kampaggefähigkeit und selbstverständlich auch aus Komplizenschaft dieser NGOs in die Regierungspartei Bündnis 90 die Grünen hinein unterwandert, sabotiert und verunmöglicht, gleichzeitig aber dann nach Brüssel zeigt und haltet den Dieb ruft. Dann steigt so gewaltiger Grimm auf. Und man kann verstehen, dass verzweifelte Menschen in ihrer Ausweglosigkeit auch mal zur Waffe greifen. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war kein Gutheißen solchen Vorgehens. Das war kein Respekt vor der illegalen Tötung der Wölfe. Es skizziert aber, wie Menschen von der Politik zunehmend in die Radikalität getrieben werden und zu illegalem Handeln animiert werden. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute bei diesem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Bitte lassen Sie ein Like da. Teilen Sie gerne das Video. Geigen Sie mir unten in den Kommentaren Ihre Meinung. Schauen Sie bitte auch in unsere anderen Angebote rein. Abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bei Medias in Rees. Servus. Servus.